Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich den Ecosport einrichten und somit natürlich auch mit Amazon Alexa richtig verbinden kann. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal sollten wir alles ordentlich auspacken, dass wir auch einen schönen Überblick haben und dann benötigen wir auch schon mal unser Smartphone. Hier müssen wir darauf achten, dass unser WLAN und auch unser Bluetooth auf jeden Fall angeschalten ist und dann können wir auch schon mal im entsprechenden App Store uns die Amazon Alexa App herunterladen und diese auch schon mal öffnen. Bevor es dann weitergeht, müssen wir erst einmal noch den Netzstecker auf der Rückseite bei unserem Ecosport hineingeben und das Ganze auch schon in eine Steckdose einstecken. Dein Gerät kann nun eingerichtet werden. Folge dazu einfach den Anweisungen in der Alexa App. Scanne den QR-Code auf dem Bildschirm, um sie aufzurufen oder herunterzuladen. Und nach einem kurzen Moment sollten wir das Gerät auch schon in unserer App sehen und wir können hier mal auf Zustimmen und Fortfang klicken. Dein Echo ist bereit. In meinem Haushalt habe ich schon ein anderes Echo-Gerät mit dem WLAN hinterlegt, deswegen jetzt auch schon das WLAN hier automatisch benutzt wurde. Und falls es bei dir nicht der Fall ist, dann musst du natürlich noch dein WLAN mit dem Netzwerkschlüssel richtig eingehen. Bei mir sollte es jetzt aber passen, weswegen ich hier unten auch schon mal auf Weiter klicke. Die empfohlene Sprache Deutsch möchte ich auch behalten. Auch meine Adresse möchte ich hinterlegen. Das ist auf jeden Fall super, wenn man zum Beispiel das Wetter wissen möchte. Wenn man mehrere Echo-Geräte daheim hat und den Überblick behalten möchte, könnte ich jetzt auch noch mein Gerät einem bestimmten Raum zuweisen. Ich möchte das nicht machen, weswegen ich auf Überspringen klicke. Und dann kann ich auch schon die gewünschte Anzeige für die Uhrzeit auswählen. Ich entscheide mich für den Klassiker mit der kleinen Wetteranzeige und ich kann hier unten wieder auf Weiter klicken. Und wir könnten uns die Tipps jetzt auch noch genau durchlesen, weswegen ich auf Weiter gehe. Meine Stimme möchte ich erst einmal nicht einrichten, das kann man ja später auch noch jederzeit machen. Und wir haben unseren Echo-Spot auch schon richtig eingerichtet, weswegen ich hier unten auf Los geht's klicke. Alexa, wie wird das Wetter heute? In Teublitz beträgt die Temperatur momentan 23 Grad Celsius bei überwiegend sonnigem Himmel. Wenn du dir für zu Hause auch den Echo-Spot zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.